So, gibt's hier irgendwas? Nö. Zumindest nicht im Moment. Alles klar, Aufzug. Ein bisschen mach ich noch. Willkommen in den Archiven, wo alles rauskommt, um dich zu töten. Fuck it! Okay. Ich glaube, ich bin ein bisschen... Ja, ich bin ein bisschen low-levelig, um hier reinzugehen eigentlich, aber... Naja, das holt man ja schnell wieder auf. Ich hoffe, das klappt so in Gänze. Mit denen muss ich mir eigentlich auch noch was überlegen. Weil die sind so magieresistent, ich mach ja kaum Schaden. Und später kommen davon noch mehr. Oh komm, da bin ich ja wohl ausgeglichen. So scheiße war das gar nicht. Gut. Hier hilft halt nur massiver Magieeinsatz. Was? Hm. Ja, ich habe alles gut. Ja, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich brauche mal gar nicht. Ichonesse. Wie war es denn? Nicht gucken. Ich weiß, es war schon nicht so. Fünf. Ja, ich weiß nicht mehr. Da habe ich dir das gar nicht von dir gemacht. Da hab ich mir gedacht. Das war ja oft. Es war ja schon ganz gut. You died! Vielleicht sollte ich doch eine Seitenmoffe anlegen, aber was, was, was? Tja, es gibt ja noch nichts Tolles, also, so leid's mit der Hut. Der allseits unbeliebte Lightning-Sphere kommt doch noch zu einem Einsatz. Vielleicht ist er ja brauchbar gegen die Skelette. Vielleicht, er ist gegen die Skelette sehr brauchbar. Aber, also ich wollte eigentlich so bis ungefähr 10 streamen, weil das Schneiden und Hochladen dauert ja auch noch so eine Zeit. Mal gucken, ob ich bis dahin noch irgendwo signifikant weiterkomme. Ach komm, nicht dein Ernst! Ach komm, nicht dein Ernst! Ja, ich glaub, die Homie-Soul-Maus wird hier mein Freund. Ja, ich glaub, die Homie-Soul-Maus wird hier mein Freund. Der Lightning-Sphere läuft jetzt auch nicht so schlecht, wie man erwarten müsste. Liges hab und ihr labs rankingst auf, oder? Ja, ich glaube, es wirklich nicht so Lynn. Achcap, nicht dein championships mit den Bart bam! Genau! Hermannuit klatsch, nicht dein ehrem quiererchief. Ich würde proverb auf jeden noch mal eine Stunde damit gesagt. Ja! Ja! Hm. Hm, blöd. Hm. Es ist auch nicht grad wenig, ey. Nicht viel Schaden. Hm, mit zwei Händen geht's. Geht's aber gut. Komm. Komm. Scheiße. Versteckt der sich sicherlich wieder irgendwo. Da oben. Stand doch eben noch einer, oder? Bin ich jetzt zu blöd? Und dahinten ist er. Wie? 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 Okay, aber wo ist der Nekromantin? Ich höre ihn noch. Er hat sich ganz verpisst, ne? So ganz woanders hin. So ganz woanders hin. Und der nächste Tiefschlag in den Rücken. Jetzt war's das aber hoffentlich. Ein Langbogen. Hurra. So, ja. Genau, ich weiß, was ich mache. Oder wann ich aufhör zu streamen. Das dürfte relativ, also halbwegs bald sein. Aber, Twinkling Titanite ist nicht so wichtig, aber irgendwo muss doch hier noch ein Ember sein. Hoffe ich. Okay, geht's im Aufzug. Da will ich noch nicht hin. Gleich. Oh, wow. Hi. Uh. Kind of a professional, aren't we? Und wir haben hier, toll, ein Mimic. Okay, wie habe ich ihn mir verfehlt und wie hat er mich danach verfehlt? Und zwei wichtige Fragen. Toll. Ich kann jetzt mit einem Mimic auf dem Kopf rumlaufen. Geil. Was bringt das eigentlich nochmal? Soul Absorption. Oh. Oh. Mit der Curse auf dem Kopf. Also gut, ich habe jetzt einen Mimic auf dem Kopf. Das ist natürlich nicht schön. Deswegen setze ich ihn jetzt wieder ab. Ich muss gleich mal gucken, was Curse of the Branded bedeutet. Na, verstecken wir uns, ne? Gut, clever sind sie nicht, ne? Aber halt stark. Twinkling Titanite. Okay, das haben wir jetzt auch hinter uns. Und jetzt, äh, apropos. Es gibt hier einen, ich weiß, ob es als Glitch zählt. Ich würde sagen, nein, es ist kein Glitch, es ist halt Design. Wenn man von oben nach unten fährt mit dem Aufzug, kann man hier irgendwo abspringen. Also muss halt sich auf die, dieses Ding stellen. Und dann kann man, wenn man ganz cool ist, irgendwie das jetzt, was jetzt gleich passiert, umgehen. Ich kann das nicht. Also ich könnte es, wenn ich vielleicht oft genug probiere, das zu tun. Deswegen nehme ich jetzt den Ring of Sacrifice in die Hand, weil dieser Gegner kommt und für mich zu stark ist. Das ist durch Quatsch. Ich weiß nicht, wer der Dude war, aber er ist tot. Nein. 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 Bleib hier, du kleine Ratte. Wagt dich ja nicht zu verschwinden. Schafft. So. Okay. Gut. Okay. Gut, dann. Ring frei. Für den Kampf, den man nicht gewinnen kann. Was es mich natürlich nicht abhält. Man sieht, ich mache zwar Schaden, aber der wird sofort wieder aufgefüllt. Deswegen, Sief, töte mich. Aber wenn es geht, bevor ich verflucht bin. Ja. Ja, so ist gut. Genau. Okay. Also ich bin tot. Der Ring hat mich gerettet. Zum Glück wurde ich nicht verflucht, weil dagegen schützt der Ring nicht. So, und ich starte nicht mehr am letzten Bonfire, sondern... Ja, der Ring of Sacrifice ist kaputt. Ich weiß, so war das beabsichtigt, aber ich habe meine Seelen alle noch. So, ich bin im Knast. Und was wir hier anfangen... ...sehen wir dann in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.